Und heute ist die zweite, die wir hier gemacht haben. Ich denke, wir wiederholen das irgendwann mal. Hat doch Spaß gemacht, oder? So, dritter Platz ist der Timo. Timo, keine Hochkolle. Und natürlich den Fokal, den einmaligen Fokal. Timo, einmal in die Kamera. Super. Timo, dein Fokal, halt ihn hoch. Hast du schon viele Fokale? Ja? Super, dann stell die dabei. So, dann John Lee. John Lee, ne? Ja, richtig. Alles klar, John. John macht den zweiten Platz, kriegt natürlich auch den Fokal irgendwo und den Rettungstutschein. Einmal in die Kamera. In die Kamera natürlich. Auch Social Media will bedient werden, ist doch logisch. So, und Fabi, der Balancenkönig, heute hier. Und ich meine... Einmal hoch damit. Oder fürs Frost, ne? Fürs Frostkanzler krieg ich auch dann entsprechende Klamotten drauf, ne? Alles klar, sauer. Dann viel Spaß, Herr Will. So, gleich geht's weiter mit der Trombola. Das macht man so gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr. Dann werden wir die Lose ziehen. Ich hoffe, ihr habt ganz viele Lose gekauft. Noch besteht die Möglichkeit, bis zur Ziehung Lose zu kaufen. Hier im Schaufenster seht ihr einige Gebinde noch. Da sind Helme dabei, Jacken dabei, Hosen dabei, Regenschirme dabei. Also tut auch guten Zweck für die Jugendfeuerwehr. Deswegen sind wir auch hier vor Ort. Kauft noch ein paar Lose. Und wir sind noch etwas länger hier. Wir haben noch jede Menge Bier da. Cocktails gibt's gleich auch. Also wer vorbeikommen will, kommt einfach vorbei. Danke!